hey freunde willkommen zum ja etwas anderen video ich wollte euch einfach mal zeigen mit was ich mein intro oder mein auto machen oder was ich mir so vorgestellt habe denn wie sagt intro outro die frage ich euch gestellt ihr habt gesagt ihr möchtet weiterhin ein intro haben und zwar dachte ich mir einfach dieses jahr ich habe sonst die auch immer die titanmenge alles von adendo genommen dieses jahr werde ich die kristallfeuerregen nehmen einmal saphir einmal normal und zwar hat man dann halt pro intro zwei fackeln hat ein schöner effekt das intro werde ich denke ich mal ein bisschen peppier gestalten da kommen wir natürlich auch noch mal für zwei versuche halt die gold und silber vulkane ins spiel pro versuch eine fackel das heißt zwei versuche haben ja wenn alles stricke reißen habe ich natürlich auch noch ein bisschen ersatz jetzt leuchtet oben bei dem mikro eine lampe ja grün sieht man halbwegs alles bin ich in der mitte ja 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 Schreibt ihr alle! das auto wird dieser vier seien die neuheit ich werde euch wenn ich hier fertig bin mit diesen intros werde ich euch natürlich auch mal ein paar bildmaterial videos einblenden damit ihr mal selbst was daraus geworden ist ja könnt ihr mal gerne in die kommentare schreiben tun machen ihr wisst was ich meine ich komme gerade nicht klar auf mein leben könnt ihr gerne mal in die kommentare dann schreiben was ihr von den sachen haltet oder habt ihr vielleicht ideen im hintergrund crackling bälle im hintergrund eine bestimmte batterie vielleicht feuertopfe vielleicht hier die eruption oder die wie hieße damals die nicht discovery ist ja auch real so was halt im hintergrund was leuchtendes strobos etc das habe ich alles so im kopf vielleicht kriege ich hole ich auch noch ein paar strobos von funkel die werde ich dann wahrscheinlich damit benutzen und ja da würde ich sagen schaut euch mal an was aus meinem naja vorschlag oder aus meinem brei drin geworden ist ich kann nicht mehr reden ich wissen woher das kommt was würde ich sagen guckt es euch an das gleich ich müsste mal doch mal ja ja Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017